Hallo, hallo, hallo! Und da sind wir wieder zur nächsten Folge Vampire the Masquerade Redemption. Wie eben gesagt, riecht es für mich nach dem Lagerhaus der Giovanni. Das hier. Und da gehen wir jetzt rein. Und dann holen wir uns Giovannis Pizza. Der verrückte Malkavianer hat sein Wort gehalten. Welches Wort? Hat ja eh kein einziges Sinn gemacht. Hallo, Schläger. Schlagring. Okay, dann machen wir mal die Tür auf. Da ist noch einer. Die können Todesalben beschwimmen. Genau wie damals die gute alte Serena. Ach ja, Serena. Was wohl aus der geworden ist? Ich habe so viele Malkische Skillpunkte und Schriftrollen in sie investiert. Und jetzt habe ich die ganzen Zauber nicht mehr, die sie gelernt hat. Tja. Wow, seht euch die vielen Päckchen mit Age an. Das muss heute New York versorgen. Oder eine Hollywood-Party. Was ist dieses Age? Ich weiß nicht, wie ich es jemandem erklären soll, der geboren wurde, bevor es in Europa Zigaretten gab. Sieh es einfach als Gift an. Das mischen sich die Saftsäcke in ihr Blut, um sich so mächtig zu fühlen wie ein Kainit. Dann ist es fürwahr der Stoff der Verdammnis. Ich brauche so viel Gemüt. Stirb. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Oh. Und da drauf. Oh, die sind alle gar nicht mehr so frisch aus gerade. Was in der Schachtel? Bargeld. Lini, du kriegst mal das Blut. Dann heilst du dich. Oh, du siehst auch scheiße aus. Also jetzt vom gesundheitlichen Standpunkt her. Für dein Aussehen kannst du ja nichts, mein Guter. Okay, Blutheilung ist bei dir echt noch sehr, sehr schwach, Sammy. Wollen wir erst mal hochgehen. Wir gehen erst mal hoch und gucken, was da so ist. Pistolenpatronen. Und ein Hebel. Mal gucken, was der gemacht hat. Okay, der hat da das Tor geöffnet. Und da kommen auch schon die ersten Giovanni runtergerannt. Äh, reingerannt, meine ich. Ach, Pesthauch. Echt eklig. Und jetzt können wir uns nicht bewegen. Jetzt geht's wieder. Ach. Ich hatte eine Kettensäge. Heilen. Heilen. Geht drauf, Leute. Okay, und Christoph ist hin. Raus. Schnell raus. Solange man noch weglaufen kann, gehen wir mal raus. Gar nicht mal so gut gewesen. Wollen wir mit der alte Obdachlose Lady mal ein bisschen anschlürfen? Ja. Okay, geht nicht. Toll. Toll, toll, toll. Und sonst ist hier natürlich keiner. Haben wir Schriftrollen, die Erweckung? Oh, da können wir gerade nicht, kommen wir gerade nicht ran, weil die bei den Leichen liegen. Und die Leichen sind in Giovanni-Hauptquartier. Super. Super. Oh, das könnte gerade ein bisschen viel Blut kosten, aber ich mach's mal. Okay. Damit nutzt du deine Schriftrolle auf Christoph. Beine verspüren Mangel an wertvollem Blut. Ja, kann ich mir vorstellen, dass du gerade im Arm bist. Weicht nicht von der Stelle. Wir gehen erstmal nochmal verkaufen. Das zieht sich gerade alles ein bisschen. Wir brauchen bessere Waffen, glaube ich. Hey, schau mal her. Hast du jemals so etwas Schönes gesehen? Nein, hab ich schon gesagt. Und ich will deinen Penis nicht sehen. Pack den wieder ein. Die haben keine Manieren hier in New York. 11.000. Das würde auch für... Für den Raketenwerfer reichen. Ja komm, wir kaufen den Raketenwerfer. Jetzt seh' ich ihn grad nicht mehr. Elektroschocker. Raketenwerfer. Und dazu noch ein paar... Raketen. Ich bin grad so blind. Granaten. MP-Magazin. Moment. Pistole, Revolver, Gewehr. Da, Raketen. Okay. Mach's gut. Ja, das fände ich eigentlich ganz cool. Death Now, du bekommst jetzt... Äh, Samuel, du bekommst jetzt das. Oder... Nee, du bleibst dabei. Aber du bekommst jetzt mal... Das da. Weil das ist eigentlich ganz witzig. Irgendwie gefällt mir das, wenn die Frau den Raketenwerfer hat. Außerdem bleibst du eh immer ein bisschen im Hintergrund. Das finde ich ganz gut. Ich brauch' ich ne bessere Rüstung für dich. Wobei, das ist schon... Die Panzerweste von mir. Das Sturmgewehr, Schaden von 40, Schaden von 30, Feuer. Sonst mach' ich das Sturmgewehr. Den Alufschläger können wir gerade noch verkaufen. Aber gib' den mal besser Christoph. Denn der hat den höheren Manipulationswert. Der bekommt dafür mehr Geld. Ab einem gewissen Wert kann man auch... Mach's gut! Wie hoch ist denn meine Manipulation? 71. Ab einem gewissen Wert kann man nämlich Sachen kaufen. Und die dann wiederverkaufen. Zu einem höheren Wert. Aber ich glaub', dafür ist mein... Mein Manipulationsskill noch zu niedrig. Soll ich jetzt schon mit dem Dings schießen? Ach, bleib' erst mal nochmal beim... Das gefällt mir gar nicht, die Lebensanzeige von denen. Dann trinkst du auch mal unbekanntes wie Tee. Dann trinkst du dich auch mal hoch. Ja. Da haben wir nur noch normales Blut. Ich geh' nochmal in Death Nights Apartment. Und pack' nochmal ein paar Sachen... ...in die Kiste. Was wie das da? Wobei, wenn er auf den Flammenwerf umsteigt, braucht es doch... Ach. Das Blut können wir auch schon mal da reinpacken. Okay. 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 Guck mal, wie weit wir jetzt kommen bei den Giovanni. Wir brauchen halt ein bisschen Blut für Pink. Der ist nämlich leider fast tot. Bargeld. Ja, es gibt keine Map vom Dungeon. Ah, Entschuldigung, da wollte ich nicht hin. Ich wollte da hin. Es wäre eigentlich ganz praktisch, wenn es irgendwie Minimaps gäbe oder Maps vom Dungeon wenigstens. Und wenn man sich selbst auf der Karte sehen könnte, das wäre auch sehr praktisch. Kann man aber leider nicht. Seid ihr bei mir, Freunde? Kannst du Ehrfurcht? Okay, probieren wir gleich mal Ehrfurcht bei irgendeinem von denen. Ist hier einer? Der da. Okay, dann würde ich mal Ehrfurcht. Okay, zu spät. Da hinten ist noch einer. Gut, und dann trinkst du den aus. Bis auf den letzten Schluck. Dann hast du nämlich wieder ein bisschen Blut und alles ist wieder ein bisschen rosiger. Blutrosiger. Blutrosiger. Ja. Gut so. Dann heben wir erstmal das Geld auf und gucken da hinten in die kleine Schachtel. Ah, scheiß Pesthauch. Geh dir mal die Zähne putzen, Junge. Ist ja nicht auszuhalten, wie du aus dem Maul stinkst. Was liegt da? Ein Revolver. Gibt es hier zwei Türen? Okay, da ist auch eine Tür. Links oder rechts? Wir gehen erstmal durch die linke Tür. Okay, die ist verschlossen, also die andere Tür. Wir heilen uns erstmal hoch. Ah, falscher Zauber. Und drauf. Klicken, um den Knopf zu drücken. Jetzt müsste die Tür da hinten aufgegangen sein. Ja, ist sie. Sammy? Kehr zu mir zurück. Kehr zu mir zurück. Tür. Ich könnte einen Snack gebrauchen. Verdammt, solltet ihr Typen nicht längst in England sein? Ihr habt eine seltsame Art, eure Dankbarkeit zu zeigen. Wer seid ihr überhaupt? Ihr seid ganz sicher nicht Interpol. Wie bist du darauf gekommen? Momentan möge es euch als Antwort genügen, dass wir eure Retter sind. Ich brauche eure Hilfe nicht. Dann sei froh, dass du sie trotzdem bekommst. Uh, und wer zur Hölle sind diese Giovanni-Freaks? Es sind keine gewöhnlichen Gangster? Sind die eine Art Mutanten? Oh ja, sicher. Mutanten. Ihr seid jetzt in Sicherheit, George Thorne. Wir gehen. Ich komme mit. Ihr würdet sicherlich sterben. Ich kann auf mich aufpassen. Nein. Okay. Gutes Gespräch. Da liegt noch Zeug. Okay. Da ist noch eine Tür. Heil dich. Ah, zu spät. Und wo brennt ihr rum? Ah. Ah. Das Tier will mich holen. Ich brauche so viel Blut. Oh. Ja. Ah. 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 Du musst auf den Auf den Alpen gehen Okay Dann erstmal Ah, ich klicke immer falsch Erstmal Christoph wiederbeleben Okay, das kannst du nicht Und du hast null Blut Du kannst aber Trinkt das Blut da Was machen wir mit dir Keiner hat Blut Ah, trinkst mal Handschuhe Dann eben nicht Wo bist du überhaupt Samuel Können wir uns mal alle hier sammeln Hey, hierher Hey, hierher Ah, Kameraführung Boah, Leute Boah, die Kamera Da lang geht's Glaub ich Nee, von da kamen wir Also geht's dann doch Da hinten lang Nee, von da kamen wir Nee, von da kamen wir auch Dann geht's hier schon bald Da ist der George Ach, da ist die Tür Ach, da ist die Tür Wo sind denn jetzt schon wieder alle hier Leute, ihr seid manchmal keine große Hilfe Ich hatte nicht vor, den Kampf da alleine zu machen Was ist da an der Kiste drin? Schriftrolle Pestauch Ja Wie passend Die stinken ja eh schon mal aus dem Maul Und jetzt Wo geht's hier weiter Da ist die Tür Aber grad geht mal pink voran Weil der hat ein bisschen mehr Heilen Ah, super Und Super Und du hängst natürlich fest in der Grafik Ich mach mal einen Cut Besorg mir Blut Und Heil die alle wieder Wir sehen uns